Die Jungs kommen aus Sehende, das ist in Niedersachsen südöstlich von Hannover. Ich möchte die Jungs gar nicht sehr lange abhalten, wenn die Jungs spielen. Zwei Spiele und meistens Surgical Strike. Attacke Jungs, gebt uns auf die Presse. Südöstlich ist er schon fast Braunschweig! So, Lothar, es geht ab! Habt ihr Bock auf Freshwetter? Lothar! Gut, hört sich gut an. Norm ist sprich, aber jetzt geht's gleich ab hier. Das ist doch egal!